Fliesen, Plates und Slopes. Der Mann, der sich das alles erkämpft hatte, war Valleybrick. Ein Fan des chinesischen Klemmersteins. Bei seinem YouTube-Video waren seine ersten Worte. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Irgendwo auf AliExpress habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Und in diesem Sinne mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr freundesgepflegten Klemmersteinbaus. Heute mal nicht mit einem Set, sondern mit einem Fund auf AliExpress. Und ich bin ja sonst nicht der große Minifiguren-Nerd, aber Bier musste ich zuschlagen. Ich habe ja schon in dem Video zu Zorros Schwert aus One Piece gesagt, dass das einfach für mich Kindheit ist. Und dementsprechend musste ich mir auch dies hier anschauen. Man bekommt nämlich auf AliExpress für knapp 2,80 Euro eine Minifigur. Beziehungsweise auch ein Großpäckchen an Minifiguren für 13 Euro, wo, wenn ich mich recht erinnere, acht Minifiguren drin sind. Und da musste ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn es das One Piece-Thema hatte. Vorneweg kann ich euch hier keine Kaufempfehlung geben, denn diese Figuren sind auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr ähnlich zu dänischen Figuren. Und könnten durchaus im Zoll hängen bleiben. Hier ist das nicht passiert. Ich möchte aber bei euch dann nicht die Hand ins Feuer legen, ob es bei euch passieren könnte. Trotz alledem möchte ich natürlich mit euch anschauen, wie ist die Qualität dieser Figuren. Und da dachte ich mir, machen wir das doch in Form dieses kurzen Videos und schauen uns an, was diese Sachen können. Ich stecke das Ganze jetzt auf jeden Fall zusammen und wir sehen uns gleich mit den fertigen Minifiguren wieder. Und da steht die ganze, nennen wir es mal, Rasselbande doch auch schon da. Im Vordergrund die acht Figuren für 12,99 Euro aus dem günstigeren Figurenpaket. Und hinten, ich nenne es mal die Premiumfiguren für 2,79 Euro. Die haben nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau als die, die ihr hier vorne seht. Aber Spannungsbogen bis zum Ende dranbleiben lohnt sich. Denn wir fangen natürlich erstmal mit denen aus dem Figurenpaket an. Denn auch die können sich wirklich sehen lassen für diesen echten guten Preis. Fangen wir doch mal mit der Figur an, die wohl für One Piece steht wie fast kein anderer Charakter. Der gute Raffi. Die Bedruckung auf der Brust finde ich schon mal sehr, sehr schön. Die Beine vorn sind auch schön bedruckt. Die Arme haben Prints abbekommen. Natürlich ist auch der Rücken bedruckt. Und ja, auch die Beine hinten sind natürlich bedruckt. Der Hut gefällt mir sehr, das Gesicht ist etwas verrückt, aber das passt auch. Aber ein Wendegesicht haben wir nicht dabei. Bei allen aus dem günstigen Figurenpaket haben wir noch so einen kleinen Stand dabei. Also die Figur gefällt mir richtig, richtig gut. Und die Beine, Arme und der Kopf lassen sich natürlich bewegen. Und da müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, die lassen sich wirklich gut bewegen. Es ist nicht hundertprozentig so gut vom Bewegen wie beim dänischen Hersteller. Dafür, finde ich, ist hier in die Bedruckung viel, viel mehr Liebe reingesteckt worden. Und deshalb gefällt mir diese Figur mindestens genauso gut wie eine gute dänische Figur. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum bekommen die Dänen das nicht hin, hier auch so tolle Prints reinzubringen. Aber egal, das Fazit kommt ja später. Denn als nächstes schauen wir uns doch mal den lieben Brooks an. Dieser hat natürlich die weißen Skeletthände bekommen. Auch die Bedruckung vom Oberkörper und den Beinen finde ich sehr, sehr gut gelungen. Wir haben ein kleines Schwert dabei. Dafür steht der liebe Brooks ja auch. Die Arme sind selbstverständlich auch bedruckt. Der Rücken ist bedruckt, aber die Beine haben dieses Mal von hinten keinen Print abbekommen. Der Afro ist wirklich perfekt getroffen, wenn ihr mich fragt. Das Gesicht finde ich bei dem aber nicht so gut gelungen zur Vorlage. Vom einen Schwertmann zum nächsten Schwertmann und zwar zu Lorena Zorro. Mein Lieblingscharakter aus One Piece und hier auf jeden Fall mit zwei generischen Schwertern. Kleiner Spoiler, das wird sich bei Premium-Figur von Zorro auf jeden Fall noch ändern. Hier auch schon mit dem geschlossenen Auge und der Narbe. Die Brustbedruckung ist dementsprechend sehr, sehr schön. Auch die Beinbedruckung gefällt mir gut. Die Arme sind bedruckt. Der Rücken ist bedruckt. Die Beine von hinten nicht. Das Gesicht gefällt mir gut. Also alles in allem. Auch wieder eine sehr, sehr gute Figur. Und das, was ich zu Ruffy schon gesagt habe, also dass sie sich allesamt recht gut bewegen lassen, gilt für jede Figur. Das habe ich im Vorhinein natürlich für jede Figur schon getestet. Als nächstes kommen wir zur lieben Boa Hancock. Das Fanservice-Element wurde schon mal mit übertragen. Leute, die etwas mit One Piece zu tun haben, wissen jetzt, was ich meine. Die anderen fragen sich vielleicht, was ich von ihnen möchte. Wir haben hier auch wieder eine schöne Oberkörperbedruckung. Die Beine sind bedruckt. Die Arme natürlich auch. Und hier sind wieder der Rücken und die Beine von hinten bedruckt. Alles in allem auch eine wirklich sehr gut gelungene Figur. Dann kommen wir zu Chopper, eine Figur, mit der ich nicht so wirklich warm geworden bin. Und ich finde auch die Figur hier relativ schwach umgesetzt. Wir haben den Oberkörper bedruckt. Die Arme sind nicht bedruckt. Die Beine sind leicht von vorn bedruckt. Das Gesicht gefällt mir nicht, auch wenn es natürlich in Richtung des Animes geht. Die Kopfbedeckung ist natürlich sehr, sehr gut umgesetzt von der Vorlage. Aber auch von hinten finde ich diese Figur insgesamt am schwächsten. Auch bei Nami wird natürlich der Fanservice groß geschrieben. Auch die Oberkörperbedruckung gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Wir haben als Unterkörper eine Art Rock- bzw. Gleitteil. Das Ganze ist auch sehr schön bedruckt. Wir haben besondere Arm-Molds, damit es zum Gleit passt. Aber auch diese sind bedruckt. Wir haben dieses schöne Haarteil, was sie auf jeden Fall auch gut darstellt. Und auch der Rücken ist bedruckt. Insgesamt auch eine sehr, sehr coole Figur, wenn auch etwas ausgefallen und nicht die Standard-Minifigur. Frankys Friese haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut getroffen und auch sein Gesicht und sein Brustprint gefällt mir gut. Die Beine sind von vorn bedruckt, die Arme sind aufwendig bedruckt, sehr, sehr schön. Die Beine von hinten sind auch leicht bedruckt und auch der Rückenprint gefällt mir gut. Sanjis Gesicht ist meiner Meinung nach wie aus dem Anime ausgeschnitten, genauso wie die Frisur. Und unter der Frisur sieht man es leider nur angedeutet, aber auch seine geringelten Augenbrauen haben sie perfekt umgesetzt. Seine Kochjacke ist von vorn bedruckt, die Beine sind leicht von vorn bedruckt. Auch von der Seite haben wir wieder kleine Prints auf den Armen. Der Rücken ist bedruckt, die Beine von hinten dieses Mal nicht. Aber auch alles in allem für dieses Geld vor allen Dingen eine echt gelungene Figur. Also ihr seht schon, für 12,99 Euro bekommt man hier meiner Meinung nach die wichtigsten Mitglieder der Crew als wirklich coole Minifiguren geliefert. Und dann gucken wir uns natürlich jetzt noch die Premiumfiguren an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem lieben Loreno Zorro an. Und dieser wird, wie sich das gehört, mit drei Schwertern geliefert. Die würde ich ihm aber erstmal aus der Hand nehmen, damit wir uns die Figuren näher anschauen können. Ich finde, das Gesicht sowie die Brustbedruckung und die Beinbedruckung ist mega bei ihm gelungen. Auch der Umhang ist von hinten bedruckt und dann hört es nicht auf. Denn wenn wir diesen Umhang abnehmen, haben wir auch noch eine sehr schöne Rückenbedruckung und auch eine sehr schöne Beinbedruckung von hinten. Und ja, die Arme sind natürlich auch bedruckt. Hier sieht man auch schon leicht durchblitzen, wenn wir das Haarteil abnehmen. Haben wir noch ein Wendegesicht mit dem angestrengten, kämpfenden Zorro und eben dem, was ihr schon gesehen habt, dem konzentrierten Zorro, beide mit der Augennarbe. Also schon an dem Punkt würde ich sagen, eine richtig, richtig coole Figur. Aber bei den Premiumfiguren haben wir auch noch Zubehör dabei. Und da haben wir diese drei, ja wohl mega gut aussehenden Schwerter in ihrer Scheide. Und natürlich hört es da nicht auf, denn sie sehen so schon cool genug aus. Aber man kann das Schwert selbstverständlich auch ziehen. Und dann haben wir, wie in diesem Fall, ein Mini-Wado Ichibonji. Und ja, das geht selbstverständlich mit allen drei Schwertern. Und spätestens mit diesem super Zubehör ist die Figur meiner Meinung nach auf jeden Fall ihr Geld wert. Und nicht nur Ruffys rechte Hand ist als Premiumfigur richtig gut geworden, sondern auch Raffi selbst. Denn wenn wir uns den mal anschauen, hier in seiner Gear 5 Form, dann haben wir hier wirklich sehr, sehr schöne Sonderteile. Die Haare finde ich toll. Die weißen Elemente gesamt finde ich sehr schön. Wir haben auch bei ihm eine schöne Brust und eine schöne Beinbedruckung. Wir haben bei ihm diese Blitze dabei. Natürlich sind die Arme bedruckt. Der Rücken ist bedruckt. Und auch die Beine sind selbstverständlich bedruckt. Und natürlich haben wir die Blitze nicht nur in Lila, sondern auch für die anderen Gear Formen noch in den jeweils passenden Farben. Und natürlich ist Ruffys Gesicht auch an die Gear 5 Form angepasst. Alles andere wäre ja schäbig, oder? Jetzt wäre es natürlich schön, wenn er ein Wendegesicht hat, aber das hätte man ja gesehen, weil die Haare hier natürlich anders geschaffen sind als bei Zorro. Ja, aber natürlich haben wir auch für die andere Formen noch das perfekte Gesicht mitgeliefert. Hier mit Haarteil. Und ich finde es schön, man muss sich hier nicht zwischen Haarteil und dem tollen Hut entscheiden, sondern man kann selbstverständlich den Strohhut auf das Haarteil setzen. Also Leute, ich muss glaube ich nicht sagen, dass auch diese Figur für Figurenliebhaber auf jeden Fall einen sehr fairen Preis hat. Und als Fazit gibt es hier deshalb auch nicht allzu viel zu sagen. Wir haben uns alle Figuren angeschaut und ich finde alle Figuren qualitativ sehr gelungen, auch wenn mir Chopper persönlich nicht so gut gefallen hat und ich von dem lieben Brooks das Gesicht auch nicht allzu gut fand. Sonst wirklich mega gute Figuren mit einer guten Druckqualität, einer ordentlichen Beweglichkeit und auch ordentlichen Details, weil die Druckqualität kann so schön sein, wie sie möchte. Wenn die Details nicht auf die Figur gebracht werden, dann braucht man nicht den besten Druck. Hier haben wir aber alles zusammen und für diesen Preis kann man hier überhaupt nichts falsch machen, außer, und das habe ich schon im Vorhinein gesagt, es bleibt im Zoll hängen und deshalb gibt es dafür keine Kaufempfehlung von mir direkt. Ich kann hierzu nur noch ein was beitragen und das ist die Frage, die ich schon ganz am Anfang aufgeworfen habe. Wieso können wir das in dieser Qualität aus China für einen wirklich günstigen Preis bekommen mit so coolen Schwertern dieser Druckqualität und alles über das wir geredet haben, sogar mit speziellen Molds, damit die Figuren am Ende gut aussehen? Und warum bekommt man das vom dänischen Hersteller, der die Figuren wie Gold am liebsten aufgewogen haben möchte, nicht? Die Frage könnt ihr euch ja mal für euch selbst beantworten, denn ich habe keine Antwort darauf, bei der der dänische Hersteller gut wegkommen würde. Wenn euch natürlich auch dieser kleine Exkurs in ein Nischenthema und dann auch nur mit Figuren und nicht mit einem Set gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal geht es wieder mit einem normalen Set weiter. Und wenn ihr diese Figuren oder vielleicht andere chinesische Figuren selber besitzt, schreibt doch gerne mal eure Meinung zu der Qualität und den Figuren an sich in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Veli Prick.